Die Star Wars Galaxis ist wirklich riesig. Sie hat mehr als 7,1 Milliarden Planeten, die bewohnbar sind. Doch erstaunlich ist hierbei, dass mehr als die Hälfte der Galaxis unentdeckt ist. Wie kann das sein? Das und vieles mehr erfahrt ihr in diesem Video. Wenn ihr mehr solche Videos zu den unbekannten Regionen und etc. sehen wollt, dann schreibt es gerne in die Kommentare, abonniert den Kanal und bewertet das Video. Jetzt aber viel Spaß mit dem Video. Vorne weg muss man sagen, der Hinhalt ist Legends und ich habe versucht, das Ganze so gut wie möglich zusammenzufassen, dass es alle verstehen, denn dieses Thema ist nicht wirklich mein Fachgebiet. Als erstes gehen wir auf das Zentrum der Galaxis ein, den sogenannten Tiefkern. Der Tiefkern ist eine Sternenregion, die umgeben von schwarzen Löchern ist. Es ist eine Gegend, die wirklich sehr interessant ist, da die Region ständig im Wandel ist. Die Navigation ist dadurch unglaublich schwer und die Hyperraumroten mussten ständig aktualisiert werden. Wenn wir uns von dem Tiefkern wegbegeben, stoßen wir auf die Kernkolonien, den Outer Rim, den Mid Rim, den Inner Rim, die unbekannten Regionen oder auch den Wild Space. Interessant ist natürlich, je weiter wir uns von dem Zentrum wegbegeben, desto weniger ist entdeckt. Beispielsweise im Outer Rim gibt es etliche Regionen, die unentdeckt sind. Warum diese Regionen unentdeckt sind, ist eigentlich auch simpel zu erklären. Denn die ganzen Spezien in Star Wars lesen sich im Tiefkern nieder und entdeckten besonders die umliegenden Welten. Die Hyperraumrouten waren zwar vorhanden, um in den äußeren Gebieten zu reisen, aber die Gefahr war teilweise immens groß, sodass sich viele entschieden, lieber eine sichere und schnelle Route zu einem bekannten Planeten zu nehmen. Die Hyperraumrouten im Allgemeinen spielen einen sehr großen Grund. Dies sieht man auch, wenn man sich die Karte der Galaxis anschaut. Denn dann merkt man schnell, dass es im westlichen Teil der Galaxis kaum gute, schnelle und sichere Hyperraumrouten gab. Auch auf anderen Karten sieht man ganz klar, dass sich der größte Teil der Population nahe an den wichtigsten Hyperraumrouten befand. Nun aber noch etwas mehr zu den mysteriösesten Regionen, sprich zu den unbekannten Regionen und dem Wild Space. Was sind eigentlich die unbekannten Regionen? Das sind logischerweise Planete und Systeme, die unbekannt und völlig unentdeckt sind. Der Wild Space, oder zu deutsch Wilder Raum, ist ein Raumgebiet zwischen den bekannten und unbekannten Regionen. Diese zwei Gebiete sind also auch von dem Rest der Galaxis ziemlich abgeschnitten. So weit, so gut, aber hier stellt sich natürlich auch wieder die Frage, weshalb sind diese Regionen von dem Rest der Galaxis abgeschnitten. Neben dem Hyperraumrouten gab es noch zwei andere Gründe. Der erste sind die Ressourcen. Denn Rakata oder auch den Chis gelang es, einige Welten dort zu entdecken und diese zu besiedeln. Aber über die nötigen Ressourcen verfügte fast niemand. Nur der ersten Ordnung gelang es, einen winzigen Bruchteil zu entdecken. Der zweite Grund sind vielleicht die einen. Warum vielleicht? Weil wir es nicht wissen. Wir wissen nur, dass es irgendetwas gibt, das das Entdecken in dieser Region wie blockiert. Sprich, du kommst einfach nicht weiter, denn das Hyperraumfliegen funktioniert in diesen Regionen nicht wie normal. Die Jedi versuchten, dieses Problem mit der Macht zu beheben, doch wurden von einer dort lebenden Zivilisation, die als Chis bekannt sind, gestoppt. Um aber auf die einen zurückzukommen, es gibt viele Theorien, die behaupten, dass sich irgendetwas in den unbekannten Regionen befindet, das nicht gefunden werden will. Dass es etwas gibt, das die Suche blockiert. Viele behaupten, dass es sich hierbei um die einen handelt. Das würde irgendwo Sinn machen, denn immerhin befand sich Mortis, die Heimatwelt der einen, im wilden Raum. Wir können letztendlich also sagen, dass besonders die Hyperraumrouten und einige andere Faktoren eine Rolle spielen. Die Frage zu 100% kann aber wohl nur George Lucas beantworten. Aber was ist eure Meinung zu dieser Frage? Schreibt es mir gerne in die Kommentare. Und ansonsten könnt ihr jetzt noch hier links oder rechts klicken, um euch ein weiteres Video von mir anzuschauen. Und sonst sehen wir uns wie immer im nächsten Video. socialistes,